Frau Professorin Dr. Ute Schmidt, sie ist Professorin für kognitive Systeme an der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandter Informatik der Universität Bamberg. Sie ist außerdem Mitglied des Direktoriums des Bayerischen Instituts für digitale Transformation. Im Schulterschluss mit Professorin Dr. Renata Stepaniak. Sie wiederum ist Linguistik-Professorin an der Universität von Bamberg. Es gab weitere Mitarbeitende, die Ihnen vielleicht gleich noch vorgestellt werden im Rahmen des jetzigen Vortrags und wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen über den Chat im Anschluss. Ja, vielen Dank. Schade, dass wir nicht live bei Ihnen sein können, aber das passt ja ganz gut, so eine Online-Präsenz zum Thema Digitalisierung. Thema wurde gerade schon genannt. Das ist also die Entwicklung eines neuen KI-Campus-Projekts, was sich an Grundschullehrkräfte richtet im Bereich Data Literacy. Als Untertitel haben wir gegeben Zukunftskompetenzen erwerben und vermitteln. Unser Team ist sehr groß für ein Projekt, was ja eigentlich nur ein halbes Jahr lang, etwa dreiviertel Jahr dauert. Das liegt daran, dass wir eine Forschungsgruppe namens FELI, Forschungsgruppe Elementar Informatik an der Uni Bamberg etabliert haben. Bereits seit 2008 arbeiten wir an Konzepten, um Informatik-Kompetenzen bereits für Vor- und Grundschule zu erschließen. Und in dem Team haben wir deswegen viele verschiedene Mitglieder. Und das Schöne ist, das freut mich sehr, dass wir wirklich interdisziplinär sehr breit aufgestellt sind. Ich möchte Ihnen hier nicht alle einzeln vorstellen. Ganz kurz picke ich ein paar Jahre raus. Die Dr. Anja Gertig-Dauks ist für uns dabei für das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und hat damit den direkten Grad zu unserer Zielgruppe, den Grundschullehrkräften. Die Linda Müller hat etwas sehr Interessantes studiert. Die schließt gerade ihren Master ab im Bereich Computing in the Humanities. Das ist eine Bamberger Spezialität. Da kann man nämlich aus einem Nicht-Mind-Fach, bei Linda war das Psychologie. Es gibt auch Studierende, die zuerst Pädagogik studiert haben oder Germanistik und so weiter, kann man im Master bei uns ein Informatikstudium draufsetzen. Jonas Drohles, sehen Sie, hat dasselbe studiert, auch Psychologie im Hintergrund und so weiter. Wer leider auf den Folien fehlt, ist Alexander Werner, der anfangs bei diesem Projekt viel beigetragen hat. Ich übergebe jetzt an Renata Stepaniak für die nächsten Folien. Ja, vielen Dank. Auch von mir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr, dass wir eben in diesem interdisziplinären Team das Thema der Datenkompetenz bearbeiten. Das Ganze machen wir eben in dem DALIK-Projekt, das Uta Schmid bereits schon kurz vorgestellt hat. Das schöne Logo hat sie bereits gezeigt. Das Ganze ist ein KI-Campus-Kurs. Das wird eben Data Literacy in der Grundschule heißen und unsere Zielgruppe sind Grundschulkräfte, die jetzt schon an der Grundschule arbeiten und auch solche, die jetzt noch studieren. Also das ist eine sehr große Zielgruppe, bei der wir bewirken möchten. Das Ziel ist, die Datenkompetenz zu fördern, weiterzuentwickeln. Wir werden das Ganze eben in dem KI-Campus machen. Wir sind erst am Anfang des Projekts, das hat Ute bereits auch schon gesagt und wollen das eben, das werde ich gleich nochmal genauer zeigen, in kleine Module aufbauen und dann mit Erklärvideos und Begleitvideos und Quizzes eben aufbereiten. Wichtig ist, dass wir einerseits die Grundschullehrkräfte auf diese Art und Weise fortbilden möchten. Andererseits möchten wir, und das ist der Zusatz, Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen, mit denen man vielleicht auch schnell gleich was anfangen kann im Unterricht. Und das alles, was wir machen, ist deswegen so wichtig, weil wir in dem sogenannten Informationszeitalter leben, in dem Daten auf uns herunterprasseln und zwar sowohl in analoge als auch in digitaler Form. Genau. Und dann würde ich, wenn du Ute, danke, weitergehst, gleich zu dem Aufbaudiskurs kommen. Ich habe das schon ein kleines bisschen erläutert, dass wir das eben in so einzelnen Modulen machen. Die Idee der Module ist, dass sie einerseits für sich alleine existieren, andererseits aber aufeinander aufbauen und das Wissen auch zum nächsten Modul schon vorbereiten und auf diese Art und Weise die Leute, die vielleicht mal in der Mitte beginnen, weil sie vor allem die Datenethik interessieren, dann vielleicht noch eben auch die anderen Module sich anschauen und das Ganze systematisch abschließen. Wir haben uns fünf Module vorgestellt und zwar das erste Modul leitet erstmal in Daten und Informationen. Da wird es, werde ich gleich nochmal genaueres dazu sagen, es wird darum gehen, was sind Daten, was sind Informationen und was ist das Wissen. Das zweite Modul, darauf aufbauend, geht zur Datenspeicherung und Datenzugriff. Das heißt, wie speichert der Computer Daten, wie greifen wir auf die Daten zu. Das heißt, es geht hier vor allem um die digitale Speicherung. Natürlich speichern wir Daten auch analog, aber das wird in diesem Falle nicht besprochen. Man muss da ja zum Beispiel an Kornspeicher denken oder ähnliches. Das dritte Modul ist die Datenanalyse. Da werden wir darstellen, wie Computer aus Daten lernen und gleich anschließend dann in Modul 4 werden wir darauf eingehen, wie Fehler in der Datenanalyse entstehen und wie sie dann eben dazu, wie sie, also dass sie eben verstanden werden sollten, weil es eben darum geht, dass Daten unterschiedlich vertrauenswürdig sind. Und letztendlich in Modul 5 geht es dann um die Frage der Datensicherheit, Datenschutz, Datenethik und Datensicherheit. Genau, und dann komme ich gleich zum Modul 1, das ich ja schon kurz eingeführt habe. Das ist ja das erste Modul und es ist für uns extrem wichtig, dass wir in den Modulen Beispiele aus dem Alltag bringen und auf diese Art und Weise die Lehrkräfte gut abholen sozusagen, wie man das in der Didaktik häufig sagt. Wir holen die Menschen mit den Alltagsbeispielen ab und führen sie dann immer weiter in die Welt der Datenkompetenz. Das werden wir hier auch so tun, eben mit Alltagsbeispielen, da gibt es jede Menge zum Beispiel digitale Wettervorhersage, die von vielen von uns jeden Tag abgerufen wird. Wir werden uns dann auch damit beschäftigen, dass Lehrkräfte jeden Tag aufs Neue mit Daten der Schülerinnen und Schüler arbeiten. Das ist auch ein Beispiel eben für etwas, was tagtäglich zur Arbeit einer Lehrkraft dazugehört. Wir werden dann in diesem Modul ganz wichtige Grundlagen schaffen. Die Grundlagen beziehen sich vor allem auf die Begriffe, was sind überhaupt Daten, wann entstehen aus Daten Informationen und wie werden dann aus diesen Informationen auch, wie wird dann aus den Informationen auch das Wissen generiert. Das heißt, wie Sie jetzt in den einzelnen Icons hier auf der PowerPoint sehen können, werden wir uns zunächst einmal intensiv damit eben beschäftigen, dass es unterschiedliche Arten von Daten gibt, numerische und eben nicht numerische. Wir werden dann aber auch noch immer daran denken, dass analoge und digitale Daten unterschiedlich sind, aber auch sehr viele gemeinsame Eigenschaften haben und dann eben, wie man aus den Daten Informationen herstellt und das Wissen. Dann gebe ich jetzt, ich könnte jetzt noch, ach doch, Modul 2 ist auch noch mein Modul, Modul 2 betrifft dann die Datenspeicherung und den Datenzugriff. Auch da beginnen wir wieder mit Alltagsbezügen, da wir ja ständig auch Daten speichern, wenn wir Texte digital schreiben, wenn wir Fotos digital machen, Wenn wir die dann auch Freunden zeigen, ist das nichts anderes als Abrufen von Daten und in diesem Modul werden wir eben uns genau damit beschäftigen, auf welche Basis die Daten gespeichert werden wollen, werden und wie sie abgerufen werden. Wir werden zum einen, wie Sie hier sehen, mit den Binärzahlen beginnen, also mit dem Binärsystem, werden dann auf ASCII eingehen. Das heißt, dass etwas kompliziertere Informationen als nur Zahlen mit Binärsystemen dargestellt werden können, wie zum Beispiel Buchstaben. Wir werden dann auf Pixel eingehen. Was sind überhaupt Pixel? Das ist hier in zwei schönen Bildchen dargestellt, dass sie eben eine bestimmte Position auf dem Bild zeigen und dann numerisch binär die Informationen bringen zur Farbe. Und wir werden dann in diesem Modul auf einen sehr wichtigen, damit auch verbundenen Punkt eingehen, und zwar auf einerseits die Nachhaltigkeit der Daten, aber andererseits eben auch auf den Effekt der Daten, den Datenspeicherung auf die, also Umweltkosten der Datenspeicherung. Mit auch negativen Konsequenzen. Okay, an der Stelle übernehme ich wieder. Dann fürs nächste Modul. Ich bleibe mal kurz noch auf dieser Folie. Die Herausforderung ist natürlich, und ich denke, das sehen Sie bereits auf dieser Folie, dass erst mal die Lehrkräfte, denen wir die Informationen vermitteln, ja auch nicht unbedingt Informatik Hintergrund haben. Das heißt, alleine die Vermittlung des Verständnisses, dass ich Zahlen jetzt auf einmal nicht im Dezimalsystem repräsentiere, sondern binär, ist, denke ich, etwas, wo man viel didaktisches Geschick braucht, um das gut zu vermitteln. Zudem würde man vermutlich genau diesen Teil Kindern nicht weitergeben. Denn Kinder, die finden sich in der Grundschule ja gerade zu Recht im Dezimalsystem. Wenn man jetzt parallel Binärsystem als alternative Repräsentation für Zahlen bringen würde, würde das vermutlich Kinder eher verwirren, als ihnen helfen. Entsprechend nutzen wir, was Renata gezeigt hat, hier in der zweiten Spalte, andere Informationen, etwa Bilder, um zu zeigen, wie können diese denn digital gespeichert werden und nutzen da die sehr anschauliche Idee von Pixeln. Die Buchstaben, ASCII-Code, da sehen Sie hier tatsächlich ASCII-Code, jeweils eben mit mehreren Bits repräsentiert pro Buchstaben. Da würden wir natürlich dann, nachdem die Lehrkräfte den Hintergrund haben, für Kinder wieder eine abgespeckte Variante machen, mit nur ein paar wenigen Buchstaben, sodass man zum Beispiel Wall und Als und Lauf schreiben kann, mit Buchstaben in Geheimsprache, aber nicht unbedingt mehr. Wenn man nun die ersten Grundlagen gelegt hat, dass Daten, die analog in der Welt vorliegen, im Rechner, digital gespeichert werden und vielleicht sogar schon erste Übungen gemacht hat, damit Kinder das EFA-Prinzip verstehen, also Eingabe von Daten, Verarbeitung von Daten und Ausgabe von Daten, dann kann man auf einen ganz speziellen Algorithmenbereich eingehen, nämlich die Analyse von Daten und etwas, was aktuell natürlich in aller Munde ist, das maschinelle Lernen, das Lernen aus Daten, häufig schlicht KI genannt. Ja, und auch hier würde man wieder Kinder im Alltag abholen, beispielsweise haben Kinder vielleicht ja auch schon im Grundschulalter damit zu tun, dass ihr Handy über, oder nicht ihres vielleicht, sondern dass ihre Eltern vielleicht über Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Vielleicht haben sie damit zu tun, dass eben, wenn sie in einer Suchmaschine Bilder suchen, tatsächlich, wenn man Katze eingibt, ein Katzenbild gefunden wird, da steckt ja etwa maschinelles Lernen dahinter. Und entsprechend würde man sich dann fragen, ja, wieso kann ein Computer sowas denn überhaupt? Wichtig ist dabei, das sehen Sie oben links veranschaulicht, dass man immer wieder klar macht, dass maschinelles Lernen zwar ein paar allgemeine Gemeinsamkeiten zu menschlichem Lernen hat, aber eben auch große Unterschiede. Insbesondere arbeiten die meisten Machine Learning Verfahren ja so, dass ich alle Daten auf einmal sammle, dann ein Modell lerne und dann das Modell nie wieder hinterfragt und stur angewendet wird. Und solche Unterschiede könnte man Kinder erfahren lassen, nachdem man sie spielerisch, das stellt hier in der Mitte der Kreis dar, hat erfahren lassen, ja, wie funktioniert denn so eine gemeinsame Grundlage menschlichen und maschinellen Lernens, wo die Kinder gemeinsam mit einem Roboter, in Anführungsstrichen einem fiktiven Roboter, Unterscheidungsmerkmale lernen sollen, in welchen Päckchen ist denn ein Muffin versteckt und in welchen nicht. Wie bei allen Bereichen gehen wir immer ein auf die Themen Bilddaten, sprachliche Daten, tabellarische Daten, hier veranschaulicht, wie erkenne ich den Tennisball, wie analysiere ich den Text, das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Konferenz der Tiere unten, oder wie kann ich aus bestimmten Wetterdaten vielleicht abschätzen, ob es morgen regnen wird. Und ich gebe zurück an Renata. Ja, genau. Und jetzt gehen wir sozusagen weiter in unserem Kurs zu Modul 4, in dem es um die Vertrauenswürdigkeit von Daten geht. Da sollen die Lehrkräfte sich vor allem darauf besinnen, beziehungsweise durch diesen Kurs lernen, beziehungsweise auch ihr Wissen systematisieren, denn viel von diesem Wissen sammelt man schon irgendwie auch sonst sozusagen in der Welt auf, dass Daten auf unterschiedliche Art und Weise, also dass man sich zunächst einmal fragen sollte, wie kann ich erkennen, dass Daten überhaupt vertrauenswürdig sind. Auch hier gibt es schöne Beispiele aus dem Alltag, beispielsweise ein Nachbarschaftstratsch, bei dem man sich immer überlegt, glaube ich dem, und das könnte zum Beispiel davon abhängig sein, was die Quelle ist, von der wir diese Information bekommen haben. Zweiter Punkt wäre Satire. Wir erkennen zum Beispiel an bestimmten sprachlichen Merkmalen, dass etwas satirisch gemeint ist. Auch das gehört sozusagen zu unserem Wissen dazu. Und es geht eben darum zu schauen, wie wir das in den digitalen Daten erkennen können. Und wichtig ist eben auch, und das ist der Hintergrund, auf den Uter Schmid schon eingegangen ist, dass das maschinelle Lernen und die Maschinen eben immer von den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, abhängig sind. Diese müssen nicht unbedingt gut sein. Also die Zuverlässigkeit der Daten an sich kann dann infrage gestellt werden. Und wir werden hier die Lehrkräfte sozusagen in die Welt der möglichen Fehler bei den Daten eintauchen lassen. Wir werden zum einen auf die zufälligen Fehler eingehen. Die kennen wir zum Beispiel bei Messfehlern, beziehungsweise bei Wettervorhersagen, die einfach nicht zuverlässig sind, weil sie auf zu wenigen Daten beruhen. Das wäre die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch, gerade als Linguistin kenne ich das sehr gut, Fehler in Annotationen von Corpora, die dazu führen, dass man bei Übersetzungen oder eben auch bei Suche nach einem bestimmten Phänomen in einem Korpus dann plötzlich falsche Informationen bekommt, ihnen aber glaubt, weil man die Fehler in dem Korpus nicht kennt. Auf der anderen Seite unterscheiden wir dann eben systematische Fehler, mit denen wir uns als Linguistinnen ebenfalls sehr stark beschäftigen. Man könnte sagen, die Linguistik besteht eigentlich genau aus solchen Untersuchungen der systematischen Fehler, wo es eben darum geht, dass in den Daten ein systematischer Fehler besteht und diese dann unerkannt bleibt und sichtbar wird sozusagen erst dann, wenn man nach ihm sucht. Und wir haben hier das Beispiel mit Strauß, das eben im Deutschen zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Es ist homonym zwischen Vogel und einem Blumengebinde, da das Wort unterschiedlich häufig in einer von den zwei Bedeutungen auftritt, kann es eben dazu führen, dass es ein systematischer Fehler entsteht bei der Übersetzung, dass es sozusagen unabhängig vom Kontext immer als Bouquet im Englischen übersetzt wird. An dieser Stelle ein weiterer systematischer Fehler, nee, ich bin noch nicht fertig, Uta. An dieser Stelle noch ein weiterer systematischer Fehler, auf den wir auch in den Untersuchungen, in den linguistischen Untersuchungen gekommen sind, sind Bias, also eben solche systematischen Fehler in der Schrift. Man kann zum Beispiel, wie wir das bei den Hexen-Vollprotokollen im 16. und 17. Jahrhundert entdeckt haben, ganz systematische Fehlerschreibung von Frauen versus Männern erkennen. Frauen werden klein geschrieben, Frauenbezeichnungen, Männerbezeichnungen werden groß geschrieben. Das sind also systematische Fehler. Und zuletzt auch gewollte Fehler, hier ein Beispiel aus der Titanic, bei dem Sie sehen können, man kann gewollte Fehler sehr gut markieren, dann ist es natürlich sehr einfach für uns, für die Lehrkräfte und auch für die Schülerinnen und Schüler, zu erkennen, dass es ein gewollter Fehler ist. Aber, und hier wird auch das Modul sehr stark damit arbeiten, gewollte Fehler können auch verdeckt sein. Und da geht es eben darum, die Vertrauenswürdigkeit der Quellen der Daten zu erkennen. Genau, und jetzt zum Modul 5. Okay, das mache ich jetzt kürzer als geplant, weil wir mit der Zeit schon fast am Ende sind. Das vierte Modul bereitet sehr gut vor, dass man die Lehrkräfte und dann auch die Kinder sensibilisiert zum Thema Privatheit und Sicherheit von Daten. Da kann man einerseits eher Richtung Medienkompetenz arbeiten und viele Fälle aufzeigen, wo es vielleicht gefährlich ist, zu viele Daten preiszugeben. Man kann begründen, warum man etwa manche Dinge durch ein Passwort schützen sollte. Man kann sich dann fragen, was ein gutes Passwort ist und kann da dann auch durchaus Bezüge zur Grundschul Mathematik, wo man ein ganz, ganz klein bisschen Kombinatorik in Klassen 3 und 4 ja auch schon anguckt, bringen und kann dann wieder zurückgehen. EFA, also wieder Eingabe, algorithmische Verarbeitung, Ausgabe und mit dem CESAR-Code, den Sie unten angedeutet sehen, ein einfaches Verschlüsselungssystem, einen einfachen Verschlüsselungsalgorithmus zeigen. Unsere Arbeiten bauen auf, auf verschiedenen Materialien, die wir in den letzten über zehn Jahren entwickelt haben. Wir haben beispielsweise ein Buch für Informatik in der Grundschule Pixel & Co. mit einer sehr ausführlichen Handreichung für Lehrkräfte, wo viele der Themen, die wir hier jetzt neu aufbereiten, im Sinne von Arbeitsblättern umgesetzt sind. Wir haben viele analoge Materialien und da sehen Sie rechts unsere Digitalministerin Dorothea Bär, die in Bamberg war, als wir dort unser digitales Lehrlernlabor Grundschule eröffnet haben und die spielt hier mit einem von einer Firma produzierten Spiel. Wir haben verschiedene Holzspiele, mit denen man sich solche didaktischen, solche grundsätzlichen digitalen Kompetenzen analog, ja, hands-on erschließen kann. Und damit bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass ganz viele spannende Fragen im Chat sind. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube bisher, vielen herzlichen Dank an Sie beide, sind die Fragen im Chat eher überschaubar. Aber lassen Sie mich vielleicht starten und dann haben wir in den fünf Minuten vielleicht Zeit, noch ein paar aus dem Chat hochzunehmen. Die erste Frage für mich wäre, wenn Sie den Anteil zwischen selber machen, Holzsteine in die Hand nehmen und wirklich selber konfigurieren, selber was Händisches tun im Verhältnis zum vermittelten Wissen sehen, welchen Prozentsatz wird das darstellen? Je jünger die Kinder sind, wir reden ja bei erster bis vierter Klasse von einer relativ großen Spanne an auch kognitiver Entwicklung. Je jünger die sind, desto mehr werden wir den Fokus auf analogen Hands-on-Spielen haben und in der dritten, vierten Klasse dann zunehmend auch abstrahieren. Ich war nämlich eben überrascht, Sie haben dritte, vierte Klasse eben gesagt, bei uns in Berlin gibt es ja häufig sechszügige Grundschulen. Und ich dachte, boah, also die Kinder lernen gerade lesen, schreiben, rechnen und parallel diese Flughöhe von Informationsvermittlung. Ich dachte, das ist ganz schön sportlich. Letzte Frage von mir und dann gebe ich an Aljoscha ab. Wie viele Grundschulen folgen schon mutigen Schrittes, Ihrem Wissen, das Sie anzubieten haben? Das sind tatsächlich in Bayern einige ausgewählte Grundschulen, die sich mit unseren Materialien beschäftigen. Es ist tatsächlich so, dass unsere analogen Materialien in einer sogenannten Experimentierkiste liegen und die ist quasi in Dauerausleihe. Aktuell gibt es das Thema ja nicht im Curriculum verankert. Das heißt, viele Lehrkräfte leihen sich das ganz gezielt für Projektwochen aus. Und wir haben zwei Schulen, in denen wir eigentlich sehr viel empirisch arbeiten wollten, was jetzt durch Corona leider schon fast zwei Jahre nicht möglich ist, die vor Ort sind, wo wir also ganz gezielt sowohl die Lehrkräfte als auch die Kinder begleiten wollen, empirisch um zu lernen, wie wir unsere Materialien verbessern können. Und das beginnt ab welcher Klasse? Idealerweise so, wie Sie es vorsehen. Ab wann? Ab der ersten Klasse. Ab der ersten Klasse. Das Thema Pixel etwa haben wir auch schon häufig erfolgreich in der Vorschule eingesetzt. Also da kann ich Ihnen aus viel praktischer Erfahrung sagen, das funktioniert für Kinder ab vier, fünf Jahren. Dankeschön. Wir haben gerade noch zwei Fragen im Chat reinbekommen. Die eine finde ich ganz toll, so ähnlich hätte ich auch gerne gefragt. Was ist Ihre Erfahrung, fragt Heiner Busch. Was ist Ihre Erfahrung damit, wenn die Kinder kompetenter sind als die Eltern? Ja, das werde ich heute um 16 Uhr wieder erleben. Wir haben gerade in Bayern ja Herbstferien und bei uns laufen gerade die Mädchen- und Techniktage leider diesmal auch nur online und nicht vor Ort. Und bei der Abschlusspräsentation, die ich um vier moderiere, kommen immer die Eltern, Großeltern, Freunde, Geschwister dazu und schauen sich an, was die Mädchen, die sind etwas älter, ab vierter Klasse, zehn bis 14 Jahre gemacht haben und sind dann erst mal sehr stolz. Man sollte aber Folgendes sich immer klar machen. Die Kinder sind super gut im Umgang mit digitalen Endgeräten, insbesondere mit solchen, die keine Tastatur benötigen. Das können die besser als wir Älteren. Aber sie verstehen natürlich trotzdem überhaupt nicht, was dahinter steckt. Und genau dieses Defizit wollen wir ausgleichen. Und da können die Kinder üblicherweise nicht mehr als die Erwachsenen. So, jetzt wird es wirklich heiß. Aber noch eine erste Frage, die vorhin von Robert kam. Gibt es OER-Materialien? OER steht für Open Educational Resources, wenn ich es richtig sehe. Das sind echt viele harte Fragen. Wir haben aktuell einen Kurs in der virtuellen Hochschule Bayern, wo es erste Materialien gibt, die, denke ich, in die Richtung gehen. Und ich glaube und hoffe, dass ich da nichts Falsches sage, was wir im KI-Campus entwickeln, würde genau in diese Richtung gehen und dann natürlich offen und frei verfügbar sein. Da war auch eine Frage. Wird die Fortbildung, die Lehrerfortbildung ausschließlich in Bayern angeboten? Ich nehme an, es geht um den KI-Campus-Kurs. Wird der auch über die Grenzen von Bayern hinaus ausgestrahlt? Im Digitalen haben wir hoffentlich keine Ländergrenzen. Ja? Renata? Ach so, ich wusste nicht. Wir haben übereinander geredet. Ja, das ist absolut unser Ziel. Das Ziel von diesem Kurs ist, die Lehrkräfte zu bilden. Und natürlich auch außerhalb von Bayern, da ich bald auch in einem anderen Bundesland sein werde, kann ich ja jetzt schon dafür garantieren. Also, wir drücken Ihnen die Daumen. Wir drücken Ihnen auch die Daumen fürs dritte Trainings-Kit. Also, wenn ich mir Ihre Zahlen anhöre, glaube ich, da ist noch Skalierungsluft nach oben offen mit Ihren Materialien, um das auch breiter auszustreuen. Gehen Sie denn davon aus, sage ich jetzt mal, jetzt ein weiteres, erst mal verbündetes Bundesland zu suchen und von dort aus weiter zu skalieren? Oder wie stellen Sie sich die Reise vor? Also, erst mal möchte ich sagen, dass unser Arbeitsheft Pixel & Co. an einer Berliner Grundschule im Einsatz ist. So ist es jetzt ja auch nicht, ja. Und natürlich ist, also der KI Campus, möchte ich mal sagen, ist wirklich eine ganz großartige Einrichtung. Und ich bin dafür jetzt nicht bezahlt worden, dass ich das sage, ja. Ich finde, das ist eine großartige Plattform, um eben vielfältige Wissenselemente für vielfältige Zielgruppen einem möglichst breiten Publikum niedrigschwellig und in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen, ja. Aber die ganzen Mitarbeiterinnen hier im Raum, muss man gerade mal sagen, es ging ein Raunen, die haben sich sehr gefreut über diese Aussage hier. Wir haben bisher auch keinen Widerspruch geerntet. Okay. Vielen herzlichen Dank zu Ihnen und vielen herzlichen Dank, lieber Aljoscha. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und dann gibt es den ersten langen Stribbel heute, weil wir dann 65 Minuten haben für ein hochprominent besetztes und total divers interdisziplinär besetztes Panel zum Thema KI in der Hochschulbildung. Prof. Dr. Nils Pinkwart, Peter Greisler, Jessica Winter, besagte Studierende, Prof. Dr. Claudia de Witt ist heute schon vielfach gefallen, der Name ganz wesentlich, um da Veränderungen zu erwirken. Dr. Georgi Dimitrov und Christine Regitz. Die Hälfte digital zugeschaltet, die Hälfte im Raum. Ich freue mich gleich auf Sie um halb zwei und hoffentlich zahlreiche Fragen zum Thema KI in der Hochschulbildung. Vielen Dank, bis gleich. Vielen Dank.